ich fühle mich etwas unwohl was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal scorpion place also ich hätte ja mit vielen gerechnet und in black ops 3 haben wir schon alle darauf gewartet dass dieser tag irgendwann kommt und nicht 2000 euro dafür ausgeben muss wie bei der 1 94 aber in black ops 4 ist es jetzt wirklich passiert die cup 40 ist zurück die cup 40 ist zurück denke der moment den wir jetzt gerade alle im kopf haben sollte ziemlich klar sein das gibt es doch nicht leute die ist wirklich wieder gekommen ich dachte nach diesem fail die kommt nicht mehr zurück aber doch sie kommt und jetzt muss ich die tatsächlich wirklich spielen leute also wirklich ich hätte damit niemals gerechnet wirklich nicht im black ops 4 aber sie ist da guckt ihr euch an das ist einfach die cup 40 mit dem neuen namen cup 45 diese waffe hat mir das beste gameplay meines lebens es wäre eine triple nuclear vor anton in black ops 2 mit der msmc gewesen damals gab es noch keine triple nuclear mit msmc das wäre die erste gewesen weltweit aber es sollte damals nicht so sein und der grund dafür ist dieses prachtexemplar gewesen ich würde sagen leute wir schnacken gar nicht so lange rum wir gucken jetzt mal was diese waffe in black ops 4 so drauf hat und ich habe gar keinen bock drauf weil das kann ja gar nicht gut werden es gibt rapid fire es gibt griff die waffe hat die besten aufsätze aller zeiten alles klar aber ich mache keine tarnung drauf sie soll so sein wie früher sie soll so sein wie früher die ist zwar nicht 100 prozent wie früher aber schon relativ ähnlich oh gott wenn ich die waffe schon sehe alter na gut alles klar man cup 40 cup 40 ist wieder zurück wirklich also das kann nicht sein wirklich das ist doch das haben die extra gemacht damit ich wieder bock kriege hier viele videos hochzuladen damit die wissen okay wir denken noch an dich und ich weiß schon welches geräusch ich höre wenn ich 1 drücke ganz genau das habe ich mir gedacht 20 schuss pro magazin die muss ja eine ziemlich schnelle time to kill haben ansonsten würde es wenig sinn machen in bo2 hätte ich nur einmal besser damit aimen müssen und hätte das beste gameplay aller zeiten gehabt aber so war es eben nicht im moment werde ich auch niemals oh gott oh gott oh gott das ist viel zu weit weg den moment werde ich natürlich auch niemals vergessen von damals ich wusste ich auch voll aufpassen dass die gegner jetzt nicht ach du scheiße mein erster kill er hat sie auch er hat sie aufgehoben ahhh bait and switch machen die jungs okay die map ist wirklich auch nicht optimal viel zu viel action viel zu viel action jawoll ihr sie abgestaubt wie haushälterin keine freestyle oh das war auch gut abgestaubt freundlich sehr sehr schön komm her digger okay nevermind never oh ich hab beide der hat ein kollektor gemacht ich hab beide kills bekommen so muss das sein also natürlich habe ich nur eke bekommen aber trotzdem so muss das sein komm mit safe call von hier da ich bin hinter ihm sehr schön hinter 2 hello there ich will nicht sagen dass es gut läuft aber es läuft sehr gut die kommen safe okay die kommen jetzt hier durch die kirche ich will lass mich bitte lass mich laufen lass mich laufen lass mich nur hier durch okay sehr gut jetzt kommen die safe call safe call muss richtig aufpassen muss hier schlau laufen weil kann nicht zu da sind die schon okay ich habe sie jetzt gesehen der typ heilt sich nicht juckt ihn einfach gar nicht doch jetzt hat er sich geheilt nein nein oh mann also ich muss sagen das fühlt sich nice an hier kommt einer okay kommt die mate oh du hast ihn sehr schön okay da kommt safe noch einer durch oder ohhhhhhhh das ding ist der was wie er im hetzblitz steht okay was haben wir jetzt für eine möglichkeit oh ey leute das ist so oh er hat sich auch gehalten in der zeit das ist halt chaos domination die runde dauert länger als keine ahnung man als meine zukunft so weiter geht man schnitzler schnitzler ja leute auf diese range okay also ein paar aufsätze bräuchte man schon okay ich hab den kill mitbekommen ja okay nevermind also leicht ist das hier nicht ey okay also das ist wie früher man die waffe ist einfach müll müll klar war sie früher kein müll aber auch nur mit dem besten aufsatz magazinerweiterung und dann noch ein bisschen glück ja komm jetzt her hier ey okay den habe ich sehr schön ja ja 16 leben alles gut und jetzt turn on und ciao so muss es sein jetzt bin ich so gut wie tot aber noch bin ich nicht tot tot geglaubte leben länger wie man so schön sagt totgesagte leben länger okay alles klar hellstorm geht genau auf meinen kopf da ist einer und da ist auch einer wenn ich jetzt überlebe bin ich gut hier ist eine dartscheibe ich muss überleben ich hab's nicht überlebt ich hab's definitiv nicht überlebt definitiv definitiv nein falls ihr übrigens kein abonnent von scorpion place seid würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir die chance geben würdet und er ist unsterblich leute na bitte warten sie einmal kurz ok die sind wahrscheinlich nicht hier ok level 3 ist die waffe das heißt nach der runde kann ich schon mal auf jeden fall ein bisschen upgraden hier sind so viele leute ich muss hier warten ok ich gehe außenrum ich gehe außenrum ich gehe außenrum einer ist über mir ich habe ihn schon gehört hier sind jetzt safe welche da sag ich ja da ist einer dank für den capture kill kommt hier noch einer ok ne hier ist keiner ich will unbedingt meine drohne haben es ist wirklich schwer mit einer zweitwaffe hier zu spielen ok jetzt auf c ist einer ok er kommt mir entgegen nein bitte nicht ok hab ihn hab die drohne sehr schön drohne haben wir schon mal ok links oder rechts links oder rechts was ich hab ihn gar nicht was frage nummer 1 welcher mensch spielt den aufsatz frage nummer 2 wieso hat er ihn genau in dieser sekunde meine rage augenbraue geht schon wieder gefährlich hoch leute ihr wisst das ist ein indikator für hass mei der ist ein ehrenmann hier das ist mein lieblings gegner der guido der heißt ja guido boxenstopp ja legende der guido ok wir spawnen hier ok da ist ein schild boah hat mich schon angehittet ok die gegner haben alle drei flaggen unser team wird so hart auseinander gerissen aber ist mir egal ich bin nur mit der cup 40 unterwegs ah guido ehrenmann läuft der hier oder andersrum hier oder andersrum hier ok hab ihn nice ok da kommt noch einer die drohne hilft gerade der kommt jetzt hier gleich na komm na komm na komm na komm na komm wo bist du wo bist du wo bist du ah guido bester mann hinter guido war noch einer ich hab keine munition mehr ich bin ripped ich bin completely ripped completely ok ich muss warten bis er kommt und dann muss ich ihn knifen wobei ja die halbzeit rettet mich ah das war natürlich so geplant leute das war natürlich so geplant imakeyoukanake.com hat er da unten hin geschrieben von imakeyousexy.com wieso spielen alle jetzt dieses bayonettaufsatz ist das jetzt cool ok 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 die gegner haben attack tropper und der typ kommt zwei äußerst schlechte zeichen würde ich sagen aber ich kann mich hier gut absichern er wird hinter mir sein ich muss aufpassen ok jetzt ist gerade komplett schlecht schlechte situation wir gehen hier lang und hoffen dass er mir entgegenkommt unbedingt die streaks haben boah leute ich bin also mein team wird so dominiert das ist nicht mehr normal ok nice die ecke stellen und vision puls das gibt es doch einfach nicht seit wann spielt das jeder und er kriegt es genau im richtigen moment ok der heli wurde zerstört dafür sind die teammates gut ok den habe ich gesehen er will sein care package haben ja viel spaß damit wow es ist so schwer mit der cup na 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 oh oh bitte nicht auf mich alles gut hallöchen guido du ehrenmann heilen heil dich du bist ein gegner wir sind hoho was ne situation ich hätte sogar beide kriegen können mit ein bisschen mehr glück wie kann ich so der zweitbeste sein in meinem team ich schieße nicht mal zurück boah ich musste ja schon wieder mit rum scuffen und alles geben sonst geht das hier wieder nicht ok ich muss schnell hier lang schnell hier lang und zielen und zielen ja ich wusste das geht irgendwie ah keine muni mehr ok wir haben ein problem sehr gut gib mir das mit der gks macht der gegner stress ihr kennt den spruch noch ok come on hier war doch ein flünderer paket wieso kriege ich es nicht oh guido guido jetzt habe ich ein cup 40 paket ok kurz chillen durchatmen und los oh er hat tempest gehabt oh ich dachte das wäre guido oder hätte ich es auf jeden fall irgendwie überlebt also es sieht herrschaftspunktemäßig jetzt nicht ultra gut aus wow guido nein guido hat mich man ich habe mich so erschrocken ich habe gerade nicht hingeguckt oh warte wir haben gerade einen visionpuls oben oder oder die gegner haben einen ok nevermind deswegen hat er mich auch so gepre-aimt ich glaube die runde wird etwas schwieriger zu gewinnen Freunde Kirche brauche ich jetzt nicht zu gehen ist noch nicht Sonntag oh doch ich hatte das video am Sonntag hoch oh mein Gott deswegen bin ich in der Kirche ok den nehme ich mir auf jeden fall mit der guckt nämlich nicht in meine Richtung komm her oja mit deiner regenbogenwaffe alter die kriegt man ja jetzt hinterher geworfen mittlerweile guido haben wir Level 4 sind wir auch mit der cup ah ich hatte das überlebig being dominated get aggressive also ich glaube so herrschaftsmäßig wurde mir noch nie so der Pöter aufgerissen Freunde halluchen Klavier ooooh ok genau hier braucht man so eine Waffe wie die Cup hier funktioniert sie einfach aber alter ich erschrecke mich hier permanent man nein 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 Ehrenmann wir haben zwei Flaggen bekommen sind jetzt schon Weihnachten sag mal hier ist safe einer irgendwo auf B ok ok da ist ein Geschütz und hier ist ein Gegner und da ist noch ein Gegner ok das war ein schlechter Moment um raus zu kommen ah ich glaube wir werden das nicht ganz gewinnen Eisfair er wird so gesprengt ich wollte es gerade sagen da ist einer da ist einer da ist einer wo bist du campen campen ooooh ok ich würde sagen ein Ründchen machen wir noch oh ich bin sogar beste Szene hier da müssen wir nochmal hinschauen hier zack der erste jetzt bin ich ins Haus gelaufen da kommt direkt der zweite zack der war schwer zu holen weil ich ihn ja nicht zum Glück von hinten holen konnte so und der dritte wird natürlich auch noch eliminiert hier der Revolution gegen Scorpion mit der Cup was willst du da machen ok wir haben einige Aufsätze ich würde sagen so wir machen jetzt Rapid Fire und Fast Max drauf dafür müssen wir eine Sache aus der Klasse nehmen ok Leute das ist eigentlich ein Heimspiel eine meiner Lieblingsmaps in diesem Spiel 3 2 1 er kommt er kommt ich wusste es und Spritze ja dass er mir noch einen zweiten Versuch gibt hätte ich nicht gedacht dass ich mit dem ersten nicht kriege hat sich aber schon so angefühlt ok gucken ob Rapid Fire was bringt die Waffe schießt ja sowieso schon ultra schnell deswegen hatten sie ja wie gesagt in BO2 auch einen der schnellsten Time2Kills wo seid ihr? da sind drei Gegner einen haben wir die sind anscheinend nicht so gut jawoll 100 Taprezzi Cola mit Spezi yes sir Blut rinns sich aber mal richtig schnell erspielt kommen die von hier das wissen die Teammates natürlich nicht aber ich weiß es schnell ich muss nämlich ein paar extra Punkte machen ok Drohne Konterdrohne haben wir schnell raus damit also es macht schon richtig Spaß gerade mit der Knarre zu zocken ok da kommt einer komm her na komm ok er ist wieder weg er ist wieder weg nein ich wollte jetzt nicht sterben Teammate er war wieder eine Sekunde später tot er hat einfach Geist ne oh man ich dachte das wäre so ein Lobby wo keiner Geist hat das hat sich voll so angefühlt erst oh Gott da hinten ist einer da muss ich aber aufpassen hier sind direkt drei Gegner kann ich hier kurz einmal vorbeischauen Hallöchen da kommen noch welche ok den haben wir auch sehr schön aha kommt noch einer da ist noch einer in der Ecke ich muss kurz chillen Teammate ist da sehr schön Teammate sauber kommt ein Auto angefahren das will ich bestimmt schocken ich wusste da ist noch einer ok heilen wir mal schnell alle zack kommt noch einer da ist noch einer da ist noch einer oh mein Gott es läuft ja ultra krass ich war nie weg Leute ich war nie weg ok ok Hellstorm hat sehr weh getan wo sind die jetzt den hab ich nein 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 zweimal Waffe nein nein ich hab zweimal die Waffe gewechselt wie so ein Spasti man von den 26 Punkten hab ich 12 gemacht was ist mit meinen Teammates schon wieder ich werde schon wieder alleine gelassen den krieg ich niemals naja mit einer Cup 40 Rapid Fire across the map das wird wohl etwas schwieriger den hab ich Hallöchen komm ja hallo oh die Fingerfertigkeit kommt langsam wieder zurück man also in real life nicht im game und das ist ein sehr schönes Gefühl die Waffe kommt mir etwas schmaler vor weil ich die abgenommen über die Jahre vielleicht war sie wirklich auf imakeusexy.com ich hab den Tod noch nie so ins Auge geschaut ich war ja schon dreimal tot gerade da ist er Teammate da hinten doch boah ich hab den Teammate grad so gerettet mit diesem mit diesem Feuer auf den hat der auch eine Cup 40 boah das wäre krass hätte ich das irgendwie überlebt also das ist eine richtig richtig geile Runde Leute ich kämpfe mein Team grad so ein bisschen zurück Alter der ist wirklich hinter der Wand geblieben ah der will seine Vorräte deswegen nice schnell die wissen dass ich hier bin schnell 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 ok enemy health storm ich bin komplett ripped come at me bro come at me bro sehr schön come at me bro er hat mir 200 Leben abgezogen er muss ja alles getroffen haben boah die Waffe sah krass aus Digga die Waffe sah richtig nice aus mein Team lässt mich wieder komplett im Stich ich muss zurück ich muss mein Paket hier hinten machen als würde ich bei der Post arbeiten ok ich geh wieder zurück naja wir liegen weit hinten wegen diesem Amico ich bin der Beste in der Lobby ich bin der Beste in der Lobby mit der Cup 40 ich war nie weg ok wir gehen hier hoch einer ist hinter mir jawoll ey Amico ist wirklich der Beste ok hier bin ich so komplett tot er trifft guck mal bitte wie hoch war die Chance mich da so er hat nicht mal auf mich gezielt das ist immer das gleiche man ok Leute die Waffe gefällt mir aber richtig richtig gut alter es macht richtig Spaß damit zu spielen beim nächsten Mal vielleicht auch ein paar mehr aufsetzen danke fürs dabei sein Leute lasst ein Like da ein kostenloses Abo ich würde mich freuen haut rein bis zum nächsten Mal checkt meinen Sponsor G2A ab und ciao ciao